Sipoites war von 328 bis 280 v. C.H.R. Herrscher von Bethynien. Sipoites kam in der durch Alexander den Großen eingeleiteten Niedergangsphase der persischen Herrschaft an die Macht und regierte als nahezu unabhängiger König. Bereits sein Vater B.A.S. dessen Nachfolger Sipoites 328 v. C.H.R. wurde hatte seine Macht weitgehend unabhängig vom Peserreich ausgeübt. Bei Versuchen seinen Einflussbereich auf Kosten der griechischen Städte der Region auszudehnen, scheiterte Sipoites zunächst am Diadochen Antigonossi, verbündete sich jedoch bald mit ihm. Gegen den Diadochen Lysimachus war Sipoites dagegen militärisch erfolgreich. Nach einer gewonnenen Schlacht nahm er im Herbst 297 v. C.H.R. als erster betänischer Herrscher auch offiziell den Königstitel an, den er aber kurz darauf an seinen Sohn Niko Medici, weitergab, kurz nach der Schlacht von Kuropidien starb Sipoites.